Cocktails hier und da und trotzdem geht es mir wunderbar. Jawollo, jawollo. Die Lobbys sind so tollo. Motto ist halt auch einfach Spaß haben und reingehen. Ja. Egal was kommt. Weiß ich. Move schon geil. Ich bin schon junger Gott, aber halt. Nenn mich einfach den Großmeister, geht auf die Knie und huhl dich mir. Wo bist du? Eigel, komm mal her. Ja. Oh Großmeister, oh Großmeister. Das, ja. Da. Mein Murphool ist so knackig. Ich sterbe. Fast. Hab neun. Oh krankes Ding. Hast du den anderen? Zack, den nächsten. So. Mal testen, ob er später. Ja, ich hab hier den, ich such grad den dritten. Oh komm. Ja. Eine unten noch. Die geht ja komplett rein. Geil. Haben wir noch eine? Nein. Geil, hab ich. Vor mir, vor mir. Ach du heilige, ich brenne. Über mir. Hab ich. Und wo schießt auf mich? Nee, der lebt noch. Ich konnte den nicht finishen. Ich ritz erstmal rein. Ja, ich hol ihn, ich hol ihn. Nee, der ist halt doch nicht. Oh. Der ist weg hier. Hier ist noch einer an der Kante. Er hat mich gewallbangt. Aber Halligalli. Hab da einen downed. Und Leute, frohes neues wünsche ich euch und ich hoffe ihr seid gut reingerutscht. Ja, ich werde heute Warzone spielen, aber ich habe auch jetzt fürs neue Jahr mehr überlegt. Ich werde einfach so ein bisschen den Druck rausnehmen. Einfach machen, worauf ich Bock habe. Ich lasse mich auch nicht zu sehr von Warzone einfach beeinflussen und ich werde einfach weiterhin Warzone natürlich auch bringen. In Kombination, aber auch mit Multiplayer. Road to Atomic muss natürlich auch noch sein. Da habe ich so Bock drauf. Und einfach Unterhaltung und Spaß im Vordergrund. Das ist das Wichtigste auf dem Kanal, wisst ihr ja auch. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Auf ein geiles Jahr Leute. Let's go. Ich glaube in solchen Situationen ist eher ein Schlechtauto. Du weißt ja ganz genau von wo du kommst. Ja, ich lenke ab. Ah, hier ist ja einer. Schön. Wo ist mein Kollege? Ich finde schon erstmal der Safe auch selbst. Oh Gott. Mein Gott. Oh, neben uns. Down. Ah. Full Steam. Full Steam. Oha. Ich zeige euch kurz meine Klasse. Ich spiele nämlich heute mit, also Waffen mit denen ich sonst nicht so spiele. Die AS44 zum Beispiel. Ich habe sie so ein bisschen auf Hipfire gebaut. Man kann da relativ viel dran rumbasteln, aber ich finde die ist halt einfach in Kombination mit der Sniper richtig geil. Vor allem weil sie halt auf Close Range auch richtig gut abgeht. Und mir macht auch die Drei Linien Sniper richtig Spaß. Also das Drei Linien Gewehr. Oh, ich muss mal meinen Crater Coal wieder eingeben. Schon wieder leer gelaufen. Let's rein. Let's los. Neues Jahr neues Glück Jungs. Aber zu schlecht sein und immer Max und mich brauchen. Um mal was hin zu bekommen. Was meinst du jetzt? So sieht es aus. Der kann nämlich nichts der Kollege. Lange keinen Solo mit gesehen. Guck mal Jungs, da sind wir. Heute geht's ab mit der AS44 Close Range Meta. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Let's go. Wo geht's hin? Ja. Na immer. Da. Ah da oben, ja. Ne da unten. Ach stimmt das ist ja unten. Oben und unten gleichzeitig. Ja warte. Bin dabei. War ein Spaß Max. Hier ist ja gar keiner. Äh ich kann das Ding immer noch nicht fliegen. Halt, halt, halt. Cracked. Er ist down. Ich glaub ich hab hier ne Wildkatze gehört. Da oben ist auch noch einer. Den hab ich schon mal down. Cracked. Wo kommt der denn her? Mit Diamant Shotgun. Ich fasse es nicht. Jaaaa. Geiler Content Jungs. Ey solche Schweine. Wer sowas macht, einfach nur lost. Finde ich. Haha. Zwei down am Baum. Planes man. Ach du kriegst so viel auch noch. Unser Kollege ist hier. Oh let's go. Ich hab Spaß. Haha alter. Noch einer bei mir. Noch einer bei mir. Hab ich. Ah es schießt auf mich. Da steht er einfach. Crack. So. Selbe Runde. Nächster Kill. Ne. Boah. Hab ich ihn noch played. Machst du verkackst. Sonst krieg ich den Wula. Ja und jetzt hier. Streak ist da. Ah. Schaut dir. Du kleine Sau. So. Selbe Runde. Nächster Kill. Gut Dank. Ich hoffe du verkackst es mal. Ja. Ich krieg ihn wieder. Nein. Das war. Du kriegst ja eigentlich schon den Karma du. Ah. Natürlich ist er besser. Er finischt. Ach ey. Hab ihn. Bitte gleich. Und hinter mir wieder. Ach. So. Und weiter geht's. Bam. Na. Das ist so ein Witz. Das ist so geil. So es geht weiter. Auf der Jagd. Nach den Kills. Ok. Hier ist er. Was mach ich hier? Ach du heilig. Was? Alter. Das war ja hier nicht jugendfrei. Ach Gulag war jetzt zu schon. Na schade. Schreibt mir sehr sehr gerne mal rein. Was eure Ziele einfach für das Jahr sind. Habt ihr euch jetzt irgendwie vorgenommen. Ist das so? Ja. Zack. Warte. Warte. Ah. Bots down. Ha. Guck mal. Brennen. Weißt du noch einer? Down. So. Dann noch den Kollegen. Oh. Itra Burst. Eieiei. Bösewicht. Hinter uns Gegner. Hinter uns Gegner. Ja. Wo war's wie? Am Auto hier. Einer P. Ja. Down. Häh. Häh. Hast du überfahren? Wer fährt weiter? Garage? Ja. Sniper? Ja. Und da oben auf dem Haus? Häh. Nice. Schön, Mann. Dreh sie auf mich. Direkt vor mir. Shitbreak. Ich hab den einen down. Und der andere ist im Wasser vor mir irgendwie. Häh. Ja. Ich heil mich kurz und komm zu dir. Ich hab keine Muni mehr. Ach man. Wie viel sind da? Wie viel sind da? Einer. Was ist jetzt einer? Chillt mal. Up downed. Beim Auto. Häh. Und neben mir hat noch einer. Heimig. Alter. Nice recoil. Ist doch chillig. Geht denn hin? Ach warum ist hier noch einer? Mann. Ich hab keine Platten. Meine Box. Warte bleib mal im Fallschirm. Ich glaub 3,50 kommt Firecell. Warte mal. Häh. Warte mal ruhig. Komm. Komm, komm, komm. Schneller. Hier war noch mehr. Hier ist noch mehr. Danke. Nein. Komm. Habe ich. Wo ist jetzt hier noch einer? Hier muss einer mit Geist oder wie? Oder vertu ich mich? Ich hole Geld hier. Ich frag mich ob da noch mehr hockt. Ist hier noch einer? Ja. Hier bei mir ist einer. Warte. Cracked. Push, push, push. Hammer. Hau rein. So. Jetzt müsste es das eigentlich gewesen sein. Ey Zone lass mich doch meinen... Oh Gott ist die schnell. Macht schon Spaß. Ja du bist echt gut rein. Ich baller jetzt hier einen raus. Ich wohne mal... Ja wir können hier vorne nehmen und die bei Peak abfragen. Da sind sie, da sind sie den Crossen gerade. Wo, wo, wo? Da ist hier Funk. Einer knocked. Hier ist einer. Hab den einen rechts. Noch einer hinter dem Stein da irgendwo. Oder? Sehr hoch. Knocked. Hab der meine auch? Oh er ist wieder... Sorry. Runden am Berg. Nice. Okay. Er wird von oben angeschossen. Was macht er? Er versucht nicht zu finishen. Kann ich nicht retten. Ja oben, oben kommen gerade welche runter. Geht nicht. Wo kommen die? Wir müssen auch laufen ne? Nein komm. Ja. Wo denn? Da. Make contact. Ja. Down. Oh ja, Schiss auf mich. Von? Vor mir. Ich seh's auch nicht. Vor dir. Ja, aber... An dem Stein hier. Seh ich nicht. Ja, ich komm auch gar nicht klar. Ich hab keine Gasmaske. Glaub fast, wir sollten rein gehen, oder? Ja, rechts rum lieber, ne? Gehen wir da noch weiter hoch dann rum? Wir sollten noch weiter hoch dann von oben zuschlagen. Ja. Von dem Haus aus, Alter. Von dem gelben Haus aus. Ich seh... Ich seh... Ich seh nichts bisher. Genau, ich seh's, ja. Ah, ich seh ja. Hab ich. Team weg. Eises Ding, Alter. Uh, so nämlich. Auf geht's. Wir müssen hier schön ein bisschen rein marschieren. Einfach 20 Schuss, das ist OP, Mann. Ja, wir müssen aufpassen, dass von oben gleich keiner uns wegpusht, ne? Ja. Ja. Ich geh mal vor dieses Haus hier, wo ich bin. Oben wurde auch wiederbleibt. Wir werden von oben noch kommen. Ja. Auf jeden Fall. Wir können ja gucken, dass wir von oben versuchen abzufangen und dann langsam runter. Ab hier hab ich was gesehen. Da fliegt nur einer. Wo? War ganz... Wunder der gekaufte sein. Die ballern auch oben. Ist da in dem Haus was, oder wie? Ich hab ne Monikiste, ja, ja. Achso, du wirst, ja. Kommen wir einer? Hex. Hex. Hoben noch, oder? Aber jetzt, da kommen welche. Habt ihr einen down? Wo? Ahja. Da... Ich seh gar nichts. Dahinter. Da ist unsichtbar, unsichtbar einer. Brüder Marc, war der wie? Ja, hab ich genug, trotzdem. Links von dem Haus war der. Die kriegen da auch aufs Mützchen. Habt beide Colette. Schön. Habt beide Colette. Wo ist der dritte? Da ist einer. Der spritzt sich. Okay, das Team ist weg. Da oben habt ihr gesehen, ne? Über uns einen. Okay. Der ist wahrscheinlich auch unsichtbar wieder, oder? Der wurde von einem anderen Team geholt. Da oben muss noch mehr sein. Ja? Ja. Cracked. Ein AP, ein AP. Ja, ja, er springt. Locked. Top. Beide? Teamwipe Geräusch. Noch zwei Full, ne? Ah ne, zwei Zweier. Hat uns halt grad gesteppt, oder war das Max da drin? Ich bin hier unter euch. Wo? Hä? Oh, ich hab mich selber gebeten. Einer down? Ist down, ist down. Hier ist noch C4, zwei C4 an den Wänden. Ja? Woher kam das denn jetzt? Hier oben ist einer. Hast du oben? Von oben, ganzes Team von oben. Wurde gefinished. Ich mein, genockt. Wann hier locken einer? Ja. Kletter? Ach, das ist der letzte, das ist der letzte. Gönn ihn dir, Max. Na, wo ist er? Schnapp ihn dir. Der ist hier im Haus, oder? Ruhig. Hier vorne, genau. Yes! Schönes Ding, Max! Bam! Let's go! Geil! So muss er sein. Was hast denn du da? Das ist die Spannung, die ich will, Mann. Danke dir! Danke, Vanu! Oh, das ist ein gutes Gefühl. Wunderbar, Jungs. Darauf jetzt erstmal schön auf Klo. Aber es wird so gebraucht. Du musst dir das Klo. Bewert es sich über letztendlich. Nicht genau. Wie das gut geht. Denn du kannst. einmal. Es ist die Gefahr. Wie ist das die Gefahr, was ich wirklich. Und, du kannst mir hier.